Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe noch längere mal wieder eine Puppe für euch und zwar das Newborn Baby von Simba. Geeignet ist die Puppe für Kinder ab drei Jahren und sie besitzt eine Trink- und Nestfunktion. Damit ist sie eigentlich so ähnlich wie unsere Baby Born von Simba. Insgesamt ist sie 30 cm groß und in dem Set ist noch ein kleines Töpfchen, eine Nuckelflasche und ein Letzchen enthalten. Ich würde sagen, wir packen die Puppe einfach mal aus und schauen sie uns genauer an. Schauen wir mal, was alles dabei gewesen ist. Hier ein rosanes Letzchen, passend zu dem Outfit von unserer Puppe. Das ist nämlich auch hauptsächlich rosa mit ein bisschen weiß, einem Teddybärenherzen und Pluszeichen sowie ein paar Strichen. Dazu dann passend der Body im selben Design oder Motiv. Hier steht nochmal Newborn Baby. Die Puppe hat blaue Augen und so kleine rosane Bäckchen. Dazu dann noch den Schnuller. Der ist am Body festgenäht. Schuhe trägt sie keine. Die Puppe soll wie gesagt ein neugeborenes Baby darstellen. Eine Windel trägt sie auch noch nicht. Ich bin ein bisschen verwundert, weil auf der Verpackung stand, dass man die Puppe auch wickeln kann. Aber leider sind gar keine Windeln dabei. Stattdessen eine Trinkflasche und dieses Töpfchen hier. Und da ist auch leider schon bei der Verpackung oder beim Entpacken der Verpackung der Aufkleber kaputt gegangen. Also ich bin ziemlich enttäuscht, dass da jetzt keine Windel dabei ist. Aber wir probieren das einfach mal so mit dem aufs Töpfchen gehen. Das ist ja so ähnlich. Wir werden jetzt mal das Newborn Baby füttern und dann mal schauen, wie es aufs Töpfchen geht. Dazu habe ich jetzt einfach mal in die kleine Flasche etwas Wasser hineingefüllt. Die Puppennahrung war nicht dabei, deswegen mache ich das jetzt einfach mal mit Wasser. Und leider war auch keine Anleitung dabei. Ich versuche das jetzt einfach mal so, wie ich mir das denke und hoffe, dass jetzt die Puppe sich nicht nass macht. Ich werde jetzt diese Flasche ihr einfach in den Mund stecken. Sie ein bisschen schräg halten, also mehr in einer liegenden Position. Und dann sie mit dem Wasser füttern. Und hier haben wir dann schon das Problem. Das Wasser läuft direkt wieder raus. Deshalb habe ich die Puppe jetzt mal hier direkt auf das Töpfchen gesetzt. Sie hat hier nämlich schon meinen Tisch nass gemacht. Also wenn man die Puppe füttert, dann läuft das Wasser direkt wieder raus. Also da hat man gar keine Chance, die Puppe im Arm zu halten und sie dann zu füttern. Wahrscheinlich muss sie schon auf dem Töpfchen sitzen, während man sie füttert. Ich glaube bei Baby Born ist das ein bisschen anders. Da kann man sie, glaube ich, im Liegen füttern. Und sobald man sie dann aufrecht hinsetzt, macht sie in die Windel oder ins Töpfchen. Keine Anleitung war dabei. Und jetzt sieht man schon, alles was man oben hinein gibt, kommt auch unten wieder raus. Vor allem, wenn die Puppe sitzt. Okay, also soviel jetzt zu unserer Newborn Baby Puppe. Ich finde die eigentlich ganz niedlich. Sie ist wesentlich kleiner als die Baby Born. Vielleicht werde ich da auch mal einen Vergleich dazu machen. Also zu der Newborn Baby Puppe und der Baby Born Puppe, weil sie doch relativ ähnlich sind. Schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wenn ihr so einen Vergleich zwischen den beiden Puppen sehen möchtet. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir, wie gesagt, nette Kommentare und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!